Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei wie immer Nerdizist Michael. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir haben ja heute wieder eine Doppelfolge The Walking Dead der 10. Staffel vor uns und ich bin gespannt, was du zu diesen beiden Folgen sagst. Bevor du aber jetzt mit deinem üblichen Gepänkel einsteigst, weißt du, auf was ich mich am meisten freue in der nächsten Zeit? Ach, das meinst du? Ja gut, das ist ja noch ein bisschen hin, aber da freue ich mich auch tierisch drauf. Denn was haben wir denn nämlich vor? Da gibt es, naja, nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal außerhalb einer Con Nerdizismus live on stage. Und wir laden euch, liebe Hörer, alle ein, am 8.2. nach Düsseldorf zu kommen. Denn da werden wir einen schönen Abend verbringen mit vielen befreundeten Podcasts. Ich glaube, es werden auch ganz viele Cosplayer da sein. All unsere Nerdizismus-Moderatorinnen und Moderatorinnen, Freunde werden da sein. Und natürlich würden wir gerne ganz viele von euch Hörern treffen. Und deswegen streicht euch schon mal den 8.2.2020 im Kalenderrot an und guckt schon mal, wie ihr da nach Düsseldorf kommt. Das wird ein ganz famoser Abend. Details findet ihr dann auf nerdizismus.de in den nächsten Tagen oder auch hier im Cast. Aber das solltet ihr euch wirklich mal vormerken und nicht entgehen lassen. Jo. Ja, der Michael hat dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Und für alle, die sich wundern, warum sollte ich jetzt da hingehen? Ich höre die zwei Vögel doch zum ersten Mal. Das muss ja nicht so bleiben, oder? Das muss nicht so bleiben. Denn ihr könnt nicht nur auf nerdizismus.de das Thema Live-Show euch anschauen. Da haben wir einen schönen Banner dafür. Nein, ihr könnt auch wie immer auf diesen großen, netten Abonnieren-Button klicken. Wenn ihr nicht gerade über Spotify oder iTunes uns sucht. Denn auf nerdizismus.de findet ihr auch alle anderen Serien, die wir so haben. Plus die Social-Media-Kanäle. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und sogar klassisch E-Mail könnt ihr schreiben an info at nerdizismus.de. Denn wir freuen uns regelmäßig über euer Feedback. Feedback gab es auch zur letzten Folge. Und da wollen wir mal einen Kommentar vorlesen. Der hat uns über die Webseite erreicht unter der Episode. Da schreibt nämlich Elle Mercy. Hallo, es gibt ja doch noch deutsche The Walking Dead Podcasts. Da Serien-Junkies keine Podcasts mehr zu Einzelfolgen macht, brauche ich Ersatz und habe zu Glück den Podcast hier gefunden. Also vielen Dank erstmal Elle Mercy dafür, dass du uns ab sofort hören wirst. Und der weiter schreibt er. Also wie ist es euch denn entgangen, dass Magna lesbisch ist? Die hat eine Sexszene am Anfang von Episode 4 mit Yumiko sogar ziemlich explizit für The Walking Dead Verhältnisse. Und selbst davor war das ein alter Hut. Ja, also die Sexszene habe ich natürlich gesehen. Also das nehme ich jetzt mal an mich gerichtet. Aber vorher war mir das irgendwie entgangen. Was soll ich sagen? Das war mir halt irgendwie oder ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Naja, aber wir haben ja gesagt, ich glaube wir haben es auch schon in der Folge gesagt, man muss ja so einen großen Cast hier bei The Walking Dead verfolgen und wenn man nicht unbedingt immer genauso aufpasst, wie man aufpassen sollte oder sich die Folgen am Anfang jeder Staffel nochmal reinzieht, die vorherige Staffel, dann kann sowas doch ein bisschen untergehen. Er schreibt noch weiter, der Flirt von Luke mit der blonden Schönheit von Oceanside war auch onscreen. Scheint so, als guckt ihr immer weg, wenn keine Zombies zu sehen sind. Du hast es ja fast. Nein, so schlimm ist es nicht. Das Holzpferdhemd von Gamma ist übrigens nicht von der armen Inid. Das sieht nur so ähnlich aus. Da hat er wirklich recht. Es ist nicht das gleiche Hemd. Es ist halt auch so ein rotes Unterhemd mit so einem blau karierten Hemd. Es ist nicht das gleiche. Das sah aber wirklich sehr ähnlich aus. Das heißt, wenn daraus nichts mehr gemacht wird, dann hat Al Mercy hier recht. Ansonsten, wenn sie daraus noch was machen, dann lag das Requisitendepartment an der Stelle falsch. Ich persönlich, also Al Mercy schreibt, bin leider im Moment eher enttäuscht von Staffel 10, besonders im Vergleich zur neunten Staffel. Ich hatte auf eine interessante Auseinandersetzung mit den Whisperern gehofft und bisher war da nur Quatsch wie die Nummer mit dem Baum. Das hatten wir schon mal in Alexandria. Eine Zombieherde, die eine Community angreift, hatten wir mindestens auch schon dreimal. Das ist auf einmal das Äquivalent einer Atombombe, obwohl es mindestens Dutzend Wege gibt, so einen Angriff zu kontern. Keiner fragt sich, wieso Alpha die Horde nicht einfach schickt, wenn es doch einfach so nuklearmäßig ist. Besser gesagt, sie machen sich überhaupt keine Gedanken über irgendwas, unsere Helden. Sie hatten ja ein paar Monate Zeit, sich eine Strategie zu überlegen. Da zuckt man dann halt die Achseln auf der Versammlung, eine Walkerherde, da konnte man noch nie irgendwie was gegen machen. Nach Episode 1 hatte ich mir Hoffnungen gemacht, aber jetzt ist es leider so, als ob es gar keinen Krieg gibt, sondern die Allianz so lange still hält, weil sie die Shitty Pants voll haben, bis Alpha irgendwann über ihre eigene Blödheit stolpert oder Negan das regelt. Langweilig. Nun ja, ich höre euch jedenfalls nach Episode 6 wieder rein, schreibt Andi aka LMercy. Ja Andi, vielen Dank erstmal für den Kommentar. Michael, du möchtest was drauf erwidern? Ja, also teilweise hast du schon recht. Allerdings habe ich das Gefühl, so jetzt wo wir die nächsten Episoden gesehen haben, dass diese Staffel doch sehr im Thema, also man müsste sie eigentlich binge-watchen, um das ganze Gefüge zu sehen, weil viel passiert hier offscreen oder wird erst nach ein paar Episoden enthüllt. Und dementsprechend kann man schon denken, ja, das ist jetzt nicht wirklich durchdacht von den Whisperern oder von den Communities, aber wie wir zumindest in der Episode 6 sehen, gibt es da ja schon bei Hintergründen, warum die Whisperer genauso vorgehen. Das kannst du gleich in der Diskussion alles erläutern. Wir steigen jetzt ein in mein kleines Folgen-Recap. Wir folgen Negan und seinem neuen Number-One-Fanboy Brandon, dem Sohn eines Saviors und das Red Shirt dieser Episode. Allerdings war es nicht Brandon, der Negan befreite. Dieses Rätsel bleibt auch weiterhin offen. Interessant ist aber der Gossip, der über Negan verbreitet wird bzw. wurde. Und da ist es dann auch kein Wunder, dass irgendwie alle ihn hassen. Brandon hat sogar noch ein bisschen Saviour-Merch dabei, Negans Lederjacke und eine echte Lucille-Replika. Für den Soap-Love-Teil dieser Folge sorgen Conny und Daryl, welche sich auf der Suche nach Kelly in Schrift und Zeichen wieder ein kleines Stück näher kommen. Näher kommt man auch den Diebstählen in Hilltop. Dafür ist Magna verantwortlich und wie wir erfahren, ist das auch nicht zum ersten Mal geschehen. Überhaupt scheint Magna vor der Apokalypse auch kein Unschuldslamm gewesen zu sein und so entpuppt sich Yumiko doch als ihre ehemalige Anwältin. Da Yumiko sich gut in Hilltop integriert hat, ist Magnas Abschied vielleicht auch nur eine Frage der Zeit. Für den Dramateil der heutigen Walker-Soap ist der König zuständig. Nachdem die Showrunner den guten Ezekiel zu Beginn der Staffel noch beinahe in den Tod stürzen ließen, holen sie das Ableben nach, wenn auch nun langsamer. Der beliebte König hat nämlich einen Tumor am Hals und Sidiks Angebote ihm mittels Akupunktur oder Hypnose zu helfen, überzeugen den Rasterkönig dann auch nicht wirklich. Da ist die Frage, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Derweil entfalten die Pläne von Alpha immer weiter ihre Wirkung. Wir erfahren, dass die permanenten Angriffe in der Tat von den Whisperern ausgelöst wurden. Darüber hinaus lässt sie Gamma das Wasser der angrenzenden Bäche vergiften. Alles ein Teil einer strategischen Planung von Alpha, wie ein Aufentwickermitarbeiter der Whisperer leidvoll erfahren muss. Als Gamma, die immer noch nicht über den Tod ihrer Schwester hinweg ist, einen Teil von Alphas Plan ausführt, trifft sie auf Arryn. Dieser hilft ihr, verbindet eine kleine Wunde und lässt sie unbeschadet gehen. Als Gamma Alpha von diesem Vorfall berichtet, reift in Alpha ein weiterer Plan, denn Gamma soll ein Maulwurf werden. Zurück zu Negan, der trifft mit seinem Fanboy auf Milo und seine Mutter eine kleine, aber intensive Begegnung mit viel Flugzeuggeräte, an deren Ende Negan den beiden helfen und sie nach Hilltop schicken möchte. Dazu kommt es leider nicht, denn der Fanboy versteht Negans abweisende Art als Test seiner Loyalität und um diese unter Beweis zu stellen, tötet er kurzerhand Milo und seine Mutter. Negan davon völlig fassungslos, denn auch als er noch Oberhaupt der Saviour war, waren Frauen und Kinder mehr oder weniger tabu, also mehr oder weniger in Anführungszeichen. Und dennoch lässt es sich Negan nicht nehmen, mal zu testen, wie ein Stein in Fanboys Gesicht aussehen würde. Macht es, probiert es aus, es matscht und er zieht weiter, gehen Whisperer. Dort dauert es nicht lange, bis Negan auf Beta trifft. Folge 6 Bonds Weiter geht's mit Plapper Negan und genervt Beta. Negan will den Whisperers beitreten, immerhin sei er ja acht Jahre eingesperrt gewesen und habe so jede Menge Insider-Infos für Alpha und ihre Gruppe. Derweil machen sich Carol und Daryl auf die Suche nach eben jenem Negan. Doch Carol hat noch einen weiteren Plan, sie will nämlich einen Whisperer fangen, was ihr tatsächlich in der Nacht auch gelingt. Und auch wenn Daryl damit nicht hundertprozentig einverstanden ist, einverstanden ist dagegen Carol mit dem schon in der letzten Folge angedeuteten neuen Pärchen, wir nennen es mal liebevoll Donnie. Hier beschwört sie Daryl geradezu endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Beziehungen, wenn auch in der Ferne, pflegen Eugene und Rosita, immerhin man redet wieder miteinander, es funkt sozusagen. Heute ist ihr Tag des schlechten Wortspiels. Wirkung zeigt so langsam aber sicher Elphas Plan, denn das vergiftete Wasser treibt immer mehr Einwohner von Alexandria in die vertrauensvollen Arme von Dr. Dante. Im Lager der Whisperer treten die Differenzen zwischen Alpha und Beta immer offener zu Tage. Zwar behält Alpha im Moment noch die Oberhand, aber nicht nur dem Zuschauer, sondern auch Negan entgeht nicht, dass sich da Spannungen häufen. Negan muss derweil das harte Lagerleben eines Whisperers erlernen und ertragen. Eine etwas unpassende Comedy-Montage endet allerdings damit, dass Beta Negan einer kleinen Horde Walker zum Fraß überlässt. Ob's das für den guten Negan war? Natürlich nicht. Etwas erschöpft, aber erfolgreich erreicht Negan das Lager der Whisperer, legt eine provisorische Lissile vor Alpha ab und kniet vor ihr und bietet seine Dienste an, die ihn dann auch tatsächlich akzeptiert. Die Folge endet damit, wie auch Staffel 9 endete, mit einer unbekannten Stimme am Funkgerät von Eugene. Doch nun erfahren wir etwas mehr. Und man kann sich fragen, ob das der Beginn des neuen Story-Arcs rund um Stephanie aus dem Commonwealth ist. Die End. Ja, viel Negan in diesen zwei Folgen, ne? Sehr viel Negan, wobei ich sagen muss, dass Folge 5 für mich ein echter Stinker war. Echt? Also zumindestens das Cold Open, von dem du nichts gesagt hast, fand ich ziemlich gut. Das muss man in dieser Staffel sagen, sie spielen ja so ein bisschen mit diesen Cold Opens alles, was vor dem Intro quasi passiert ist. Einerseits hat man mal so eine Trainingsmontage, andererseits hat man mal den Angriff von Hurden, von Zombies. Jetzt hat man das von, Kelly heißt sie, ne? Kelly, wie sie, wie man es aus ihrer Sicht sieht und sie quasi auf alles visuell achten muss und dann in der Zwickmühle sitzt. Also zumindestens das Cold Open in der Folge fand ich schon ziemlich gut. Da hast du recht. Worauf ich hinaus wollte war, dass es in vielen Dingen sich ein bisschen wie ein Füller anfühlt. Okay, man braucht einen Füller, okay. Aber dieser Brandon war mit Abstand der schlecht geschriebenste nervige Charakter, den ich seit langem im TV gesehen habe. Und der war so offensichtlich schlecht nervig, dass ich nicht weiß, ob der nicht als Parodie gedacht war. Keine Ahnung. Und der hat mir aber ehrlich gesagt in der Nervigkeit sogar Henry übertroffen. Und es auch wirklich, also der hat die Folge für mich echt verleidet, weil der war so unrealistisch scheiße geschrieben, dass der mich wirklich aufgeregt hat. Und dann habe ich vielleicht das ein oder andere Positivere in der Folge irgendwie nicht so wahrgenommen. Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl gehabt, diese, das war alles so aufgesetzt. Plötzlich kommt aus dem Nichts die Mutter mit diesem Kind daher, die die ganze Zeit im Bus gewohnt haben. Und die noch nie irgendwas irgendwo mitgekriegt hat. Also nee, das war, nee, das hätte man irgendwie anders lösen können. Ich bin halt der Meinung, den guten Niegen oder den freundlichen oder den Zug, den haben wir mit Judith schon gesehen. Das war ja eigentlich auch nur nochmal Judith 2.0 mit dem Flugzeug und so. Also ja, ich fand die fünfte Episode wirklich bisher schwach. Also wir haben schon Schlimmeres gesehen, klar. Aber von den bisherigen Folgen war das für mich so die schlechteste. Und auch eine, die es irgendwie überhaupt nicht gebraucht hätte, wenn du mich fragst. Ja, also ganz ehrlich, da sind beide Episoden, sollten sich da ein wenig schuldig fühlen, weil bei beiden hat es sich etwas nach Füller Material wirklich angefühlt. Ähm, die erste Episode hätte man mit der zweiten in der Tat verbinden können. Und andererseits war die zweite dafür, alles was Niegen mit den Whisperern gemacht hat, dann doch etwas sehr gehetzt. Wir haben uns sehr viel Zeit gelassen, um Niegen mit diesem Brandon und dem neuen Paar, Mutter und... Milo hieß das Kind. Die Mutter hatte, glaube ich, keinen Namen. Milo zu sehen, Mutter und Sohn. Ähm, aber dann ist in der Episode 6 schon viel hintereinander passiert. Also ich finde es gut, dass wir wieder mehr Zeit mit Niegen verbringen, weil er jetzt, wie wir auch schon letztes Mal festgestellt haben, ja ein deutlich runderer Charakter ist als vorher. Es ist ja sowieso immer interessanter, wenn ein Charakter gebrochen wird und dann halt wirklich Tiefe in dem entsteht. Und das ist jetzt bei Niegen. Ich meine, man sieht ja in dieser Folge, in der fünften Folge, wie er mit sich kämpft und wie ihn dieser Brandon auch tierisch nervt. Weil er eigentlich was heraufbeschwört, was nicht mehr so ist. Aber für ihn am Ende ja auch vielleicht so etwas wie eine gewisse Einsicht gibt, dass er seine Werkzeuge von früher nutzen kann, um sich bei den Whisperern quasi einzuschleimen und eine Maskerade aufzusetzen. Darauf will ich eigentlich hinaus. Also falls die Showrunner versuchen, uns irgendwie da reinzutricksen, dass der das ernst meint, dann ist das nicht sehr überzeugend. Also spätestens, ich habe es in meinem Recap ja gesagt, bei dieser Montage mit dieser lustigen Musik drunter, die übrigens von Shazam nicht erkannt werden konnte, der Song. Ich habe es aber auch nicht nachgeschlagen, was es jetzt ist. Falls das jemand weiß, kann er es ja mal posten. Ach so, doch, ich weiß es. Ich habe es nämlich gelesen irgendwo. Ah, okay. Hat der Song irgendeine Bedeutung nur auf einer Meta-Ebene? Ach nee, ich glaube nicht. Es gab ja noch einen weiteren Song in dieser Episode. Da weiß ich, dass der vom ehemaligen Carsten-Mitglied geschrieben wurde, von dieser Emily irgendwas. Die kleine Blonde, die wir da mal hatten. Die auch, glaube ich, in der Serie schon mal Gitarre gespielt hat. Kann das sein? Ja, ja, irgendwie so. Ich meine, der Song war von der, aber das ist nicht der gleiche aus der Musikmontage gewesen. Nee, das stimmt. Naja, und diese Montage war halt so, die war jetzt amüsant, ja. Ja, aber falls irgendjemand da draußen denken sollte, dass Nigen das ernst meint, dann ist es, glaube ich, mit dieser Montage. Also entweder haben sie da uns aufs Glatteis geführt, dann wäre das aber später so ein bisschen Kai aus der Kiste mäßig. Und auf der anderen Seite nimmt diese Comedy, ich fand die völlig unpassend, diese Comedy-Montage. Weil sie nimmt ja den Whisperern so eine Bedrohlichkeit. Es wird irgendwie offensichtlich, dass der Nigen das nicht ernst meint, die ganze Schose. Dass er nur eine Show abzieht. Und so weiter und so weiter. Und von daher hat es eigentlich jegliches, vielleicht könnte er ja doch irgendwie, also wenn sie das jetzt spielen, dass sie es also von den Comics abweichen und er jetzt wirklich, ich meine, eine Theorie habe ich gelesen, man könnte ja, also die sagen, ja, der bringt auch Alpha um, wie in den Comics. Um sich dann zum Chef der Whisperer zu machen, um der neue Boss in der Gegend zu werden. Okay, wenn sie so spielen. Aber ich glaube es nicht, weil dann wären das ja Saviors 2.0 und die wollen wir jetzt auch nicht mehr sehen. Also wir wollten es nicht mehr sehen. Genau, und das wird ja auch gar nicht funktionieren. Das ist ja ein komplett anderer Lebensstil als Nigen, den mit seinen Saviors gemacht hat. Das hat ja nichts miteinander zu tun. Und ich meine, dass Nigen eigentlich überhaupt gar nicht in das Ding reinpasst, das hat diese Montage ja, diese Montagesequenz ja zur Genüge gezeigt. Und das, also einerseits kann man sich denken, ist Nigen dumm genug, nicht zu sehen, dass die Whisperer sehen, was er für ein Spiel spielt. Also spielt er sich selber was vor, dass er denkt, er würde unerkannt da reinkommen oder würde sich so reinschleichen können ohne Probleme. Oder weiß er ganz genau, dass die anderen auch wissen, dass das nur ein Spiel ist und er auf Zeit und Glück spielt. Also das finde ich ein bisschen kritisch. Weil wenn er sich als Whisperer etablieren will und irgendwas für Alpha machen will, dann müsste er doch jetzt genug Verstand zu haben, um zu sehen, dass diese Masche eigentlich nicht zieht. Und eigentlich genau gegen alles läuft, für was die Whisperer stehen. Und damit habe ich eher das Problem. Also ich finde, es ist ein schönes Auseinanderspielen, also die Gegensätze zwischen dem, was für ein Bösewicht Nigen war und was für ein Bösewicht die Whisperers sind. Und die in dem Sinn eigentlich auch, okay, Nigen hat die cooleren Sprüche, die aber auch nicht immer ziehen. Aber dafür sind die Whisperer die viel interessanteren Feinde. Und ich fand es in dem Sinn interessant, dass die das gegeneinander ausgespielt haben. Aber es funktioniert nicht wirklich, um den Plot voranzuführen, wie du eben schon gesagt hast, weil es unglaubwürdig wird. Genau, es ist eigentlich für alle unglaubwürdig. Es muss für die Whisperer unglaubwürdig sein. Es muss für Alpha unglaubwürdig sein. Es ist für den Zuschauer unglaubwürdig. Und wenn es jetzt dann doch ernst gemeint ist, dann ist es auch unglaubwürdig. Also das fand ich keine glückliche Wahl, es so zu machen. Vor allem, du hast es gerade so ein bisschen im Halbsatz angedeutet, vor allem, was ja dann fehlen würde, wäre so eine Art Loyalitätsprüfung. Also wenn die jetzt einen Hilltop-Alexandria-Gefangenen hätten und er ihn dann umbringen muss, um seine Loyalität unter Beweis zu stellen, dass er es ernst meint mit den Whisperers. Aber das deutet sich zumindest nicht an. Dann, er beugt dann das Knie am Ende der Folge 6 und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dann jetzt noch irgendwie kommt, ja, aber Moment, hier haben wir noch die kleine bla bla bla, fünfjähriges Kind und jetzt bitte Hals umdrehen, sonst bist du hier nicht dabei. Ich glaube nicht, dass das kommt. Und da ist dann auch wieder die Frage, also wie gesagt, Negan kann eigentlich nicht so doof sein, dass er denkt, sein Spiel hat irgendeinen Effekt bei den Whisperern, dass die nicht darauf, äh, dass die darauf reinfallen würden. Ähm, er muss doch sehen, dass Alpha ihn ganz klar auch für seine Zwecke nutzen will. Und wenn Alpha wirklich drüber nachdenkt, Negan als späteren Beta zu sehen, dann kann man sie ja als Charakter einfach überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Also wie gesagt, diese Unglaubwürdigkeit in diesem ganzen Zusammenspiel zwischen denen ist, ist etwas kritisch und ich frage mich auch, worauf das jetzt genau hinausläuft. Also Alphas, äh, äh, Long-Game, also dass die Langzeitpläne werden ihn sicherlich irgendwie mit einbeziehen und deshalb sagt sie auch nichts. Einerseits, weil sie so, äh, vielleicht Beta noch ein bisschen in den Check halten kann, ähm, ein bisschen zurückhalten kann. Und andererseits, weil sie Negan für sich, äh, nutzt einerseits, um die Alexandrianer oder die Communities gegen sich, äh, gegen sich weiterhin aufzuwiegeln, aber andererseits, um an, äh, Informationen ranzukommen. Aber so wie Negan sich aufspielt, kann sie ihm doch nicht wirklich abnehmen, dass er da gleichzeitig mitmacht. Äh, ich weiß nicht. Die hat, die hat ihre Pläne, wir sehen es hier in Folge 5, wie ihre Pläne sind. Sie versucht halt mit tausend Nadelstichen die Communities zu zermürben, ähm, anstatt gleich die Atombombe loszulassen. Und es ist weiterhin, äh, äh, weiterhin eine Atombombe. Okay, wir hatten in, was war das, Staffel 5 oder 6, hatten wir doch auch mal so eine Riesenhorde, äh, in dem Steinbruch oder wo das war, wo die die, äh, alle platt gemacht haben. Ja, Staffel, ne, war ein bisschen später, glaube ich. War es noch später, okay. Wollten die nicht, wollten die nicht mal die Horde auf die Saviors hetzen? Kann auch sein. Ja, sicher, natürlich wollten die das. Ja, ja. Ja, aber letztendlich scheint die Horde, die ja die Whisperers zusammengeführt haben, ja deutlich, äh, deutlich bedrohlicher und deutlich größer zu sein. Und deshalb spreche ich auch weiterhin von einem Äquivalent von einer Atombombe, weil solange die nicht wissen, äh, wo die Horde ist, wo sie herkommt und ob die jetzt nicht noch viel, viel größer geworden ist, äh, können die sich halt auch nicht auf das vorbereiten, was dadurch, äh, dadurch kommt. Und, äh, und deshalb ist es schon ganz schön krasse Waffe, äh, ganz schön krasse Werkzeug, was Alpha gegen die einsetzen kann und warum sie sich so zurückhalten. Deshalb nochmal das Feedback von unserem, äh, 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 also es ist schon, wie gesagt, das Äquivalent zu einer ziemlich krassen Bombe, die die hier haben und so, äh, wie im Kalten Krieg haben die die Atomenbombe und andere vielleicht nicht und können die deshalb den Schrecken der Zombie-Horde nutzen, um die Communities, ja, im Zaub zu halten. Aber jetzt ist halt der Punkt, im Kalten Krieg hatten beide Seiten eine Atombombe, deswegen hat keiner einen Nuklearschlag gemacht, weil er immer fürchten muss, dass die Vergeltung kommt, beziehungsweise er die Vergeltung auch nicht überlebt und dann hat keiner gewonnen. Ja, okay, das Kalter Krieg ist vielleicht nicht der beste. Ich wollte gerade sagen, weil hier ist es ja so, hier haben die einen eine Atombombe, ich finde auch der Vergleich hinkt, weil sie haben eine Massenvernichtungswaffe und die anderen haben nichts, was sie dagegen setzen können. Ja. Ja, von daher, dann musst du eigentlich sagen, warum nicht einsetzen? Also, da kann ich den aufmüpfigen Mitarbeiter der Whisperer schon verstehen, auch wenn natürlich die Diskussion oder die Streitkultur innerhalb der Whisperer eher was vom Galaktischen Imperium hat. Aber ja, ich meine, wir wissen ja, warum Alpha es nicht macht, weil ja ihre Tochter noch in Alexandria ist und sie das nicht aufs Spiel setzen will. Das ist letztendlich ihre Logik, aber sie argumentiert einfach damit, dass viele kleine Stiche effizienter sind, als seine großen Ressourcen zu verballern. Ja, das ist natürlich schwer zu vermitteln. Ich glaube allerdings, dass ich gehe, also ich gehe davon aus, ich denke, du gehst mir d'accord, dass Negan zum Unterwandern da ist oder ein Plan. Ja, klar. So. Ich glaube aber ... Der wird ja auch selber sehen, der wird ja auch selber sehen, der hat ja schon gegen quasi die Communities gekämpft und hat gesehen, wie schwer es ist, gegen so einen Zusammenhalt und gegen überhaupt die Führungsriege, die sie sich da aufgebaut haben, da anzukommen. Er hat versagt, also glaubt er nicht unbedingt, dass so ein loser Haufen wie die Whisperer am Ende im Langzeitspiel eine große Chance haben. Also setzt er sein Pferd dann doch besser auf die, die er kennt. Genau das. Ich denke, aber ich wollte auf was anderes hinaus. Ich glaube, dass man an einer Stelle doch von den Comics abweichen wird, denn sie bauen den Konflikt Negan-Beta so auf, dass ich glaube, dass es ein Negan-Beta-Bowl geben wird und ein Mother-Bowl, also Carol vs. Alpha. Ja, stimmt. Also da wird die Serie sicherlich anders handeln. Vor allem auch im Hinblick darauf, dass ja Daryl und Carol die beiden Führer der Communities werden sollen oder die quasi das Zepter von zumindest Mishoren übernehmen sollen als Hauptcharaktere. Dann ist es nur sinnvoll, dass auch Carol, die ja glaube ich sowieso in den Comics so nicht mehr vorhanden ist, die Rolle von Rick so ein bisschen einnehmen wird. Vielleicht muss ja Negan dran glauben. In einem heroischen Akt der Selbstaufopferung. Ja, zumindestens ist es, ich habe nochmal ein bisschen Wikipedia durchgelesen in den Comics so, dass Negan nach der ganzen Whisperer-Geschichte raus ist. Nicht tot, aber raus. Ja. Also vielleicht werden sie ihn dann mit einem großen Knall wirklich rausschmeißen, aber verabschieden. Das wäre vielleicht nochmal eine ganz interessante Sache. Wer anscheinend jetzt doch seinen Tod nachholt, ist jetzt irgendwie Ezekiel. Ich verstehe das nicht so ganz. Also auf der einen Seite ist der Charakter ja nicht als Kopf auf der Grenze gelandet, wie in den Comics. Auf der anderen Seite bringt er sich dann nicht um, nur um jetzt von den Showrunnern langsam einen Krebstod zu sterben. Oder meinst du, die Geschichte wird sich irgendwann in Wohlgefallen auflösen mit ein bisschen, der hat ernsthaft Akupunktur und Hypnose vorgeschlagen. Also da habe ich ja ein bisschen so, okay, ich meine, keine Ahnung, ich bin kein Chirurg. Aber was soll man da anderes machen? Kann man das nicht aufschneiden? Was soll man da anderes machen? Es hilft zwar nichts, aber es schadet auch nichts. Ja, aber kann man so eine Beule nicht rausoperieren? Also so eine Beule, so eine offensichtliche Beule. Nee, also das ist, glaube ich, immer schon noch eine ganz schön riskante Operation, was, und ob Siddick die Skills dafür hat und seinen Gehilfe da, wage ich zu bezweifeln. Also ich meine, die ganze Storyline ist ja passend dazu, dass jetzt auch so ein bisschen die Epidemie durch das verseuchte Zombiewasser da in die Geschichte reinkommt, geht es ja in eine ähnliche Richtung. Dass einfach in der Zukunft, die sie sich da aufgebaut haben, die medizinischen Standards, die für uns heute gelten, überhaupt keine Bedeutung haben und sowas wie kleine Krankheiten dann ganz schnell groß ausbrechen können. Gut, da hast du natürlich recht. Ja, was hältst du denn von dieser Storyline? Ich war etwas irritiert. So, aha, jetzt hat der Krebs. Also ich meine, du sagst ja immer, das ist unsere liebste Zombie-Soap, aber das war jetzt wirklich so ein, das hätte jetzt auch bei GZSZ sein können, ne? Ja, aber sind wir hier gewohnt. Ich weiß auch nicht, worauf die Story hinausläuft. Es wird sicherlich auch einen Abschied von Ezekiel geben und letztendlich haben sie dann in dieser Staffel oder in letzter Zeit auch nicht mehr viel mit ihm gemacht. Vielleicht ist es dann auch besser, ihn so langsam auslaufen zu lassen. Ich weiß es nicht. Hat mich jetzt nicht gestört, finde ich, wie gesagt, mit der ganzen Epidemie, mit dem Virus, der da rumläuft, absolut verständlich und bringt so ein bisschen diesen Punkt in der Geschichte rein. Ich meine, ja, wir haben halt nicht mehr den Standard von früher. Ich meine, wer seinen Platz auf dem Grenzzaun in den Comics einnimmt und in der Serie noch nicht, ist halt auch Rosita. Die ist halt auch so ein bisschen durcherzählt. Jetzt ist die Geschichte mit Eugene durch. Jetzt ist er auch noch krank. Jetzt haben sie so ein Abschiedsgespräch. Ich glaube, die machen es auch nicht mehr lange. Ja, es wäre interessant, dann Siddick und Eugene als Ziehvater da zu haben. Ja, mit Onkel Gabriel, der auch ab und zu nochmal dazwischen funkt. Ja, stimmt. Gabriel gibt es ja auch noch. Und von dem haben wir ja gar nichts in den zwei Folgen gesehen. Was wir auch gar nicht erfahren haben, ich bin mal gespannt, ob das noch kommt, wer denn jetzt Negan rausgelassen hat. In den Comics ist es Brandon. Da ist der Charakter auch ein bisschen näher mit einer Backstory erklärt. Das ist also ein Sohn von Saviors, die von, ich glaube, von Rick umgebracht wurden. War doch jetzt, war doch genauso jetzt. Hat er das gesagt, dass er seine Eltern... Jaja, die Geschichte hat er doch so erzählt, genau. Okay, dann ist das genauso. Ja, also in den Comics lässt er ihn raus. Hier halt ist es jetzt immer noch ein Geheimnis, wer es gemacht hat. Puh. Also ich habe halt irgendwie so die Sorge, dass auch diese Geschichte jetzt keine große Überraschung hat. Wo man so vor dem Fernseh sitzt und denkt so, echt? What? Sondern ich glaube, es ist eher so ein... Echt? What? Was Besseres ist euch ja nicht eingefallen. So ist so ein bisschen meine Befürchtung an der Sache. Was ich mich eher gefragt habe, um nochmal ganz kurz zu der Seuche quasi zurückzukommen. Oder zu den verseuchten Flüssen. Ist ja schön und gut, dass Alpha jetzt die ganzen Zombie- oder Zombie-Gedärme da reinschmeißt und quasi die Wasserversorgung vergiftet. Aber ist das sowieso... Ich meine, so viele, wie von den Dingern in Flüssen schon versenkt worden sind, hätte doch das schon längst passieren müssen. Ist jetzt einfach die Konzentration dementsprechend höher? Oder wieso sind so ein paar Gedärme lösen jetzt plötzlich so eine Verunreinigung des Wassers aus? Also ich bin ja jetzt kein Mikrobiologe, der dir das sagen kann. Aber zumindest als Filmklischee gibt es das durchaus. So in Mittelalterfilmen und Western oder so alten Römerschinken, da wird gerne mal bei einer Belagerung durch irgendwelche Tierkadaver, die man in den Brunnen schmeißt oder in den nahen liegenden Bach, die die Bevölkerung da vergiftet. Ja, ja, also das bringt, was im Prinzip verstehe ich ja auch. Ob da jetzt das ausreicht, was die da reingeschmissen haben, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube auch, man müsste das doch schmecken, oder? Das vielleicht nicht, aber jetzt im Vergleich zum Beispiel, was Daryl in Episode 6 macht, um sich zu verstecken, dass er mal wieder die Gedärme von irgendwem rausschneidet und sich ins Gesicht schmiert, das müsste doch eher zu irgendwelchen Infektionen führen als alles andere. Mein Freund, diese Diskussion hatten wir, ich weiß es nicht, in der fünften, sechsten, siebten Staffel oder so schon mal. Ja, aber hier ist es doch so nah nebeneinander. Einmal die Wasserversorgung und dann schmiert er sich Gedärme ins Gesicht und hat nichts davon. Ich erinnere mich noch ziemlich genau an diese Diskussion. Da hatten wir es, die Quintessenz war ungefähr die, der Virus ist immer so ansteckend, wie die Drehbuchautoren es brauchen. Ja, das ist klar. Also ich hinterfrage das jetzt in dem Sinne auch nicht, es sind Plot-Devices, es sind alles Plot-Devices. Aber hier sind sie doch so nah aneinander, dass man sich die Frage wieder stellen kann. Erklärt werden wird sie sowieso nicht. Das ist eine Frage, die auch für mich... Berechtigte Frage hier wieder. Ja, eine Frage, die für mich auch immer akuter ist, warum die Menschheit überhaupt einer Zombie-Apokalypse anheimgefallen ist. Das wird aber, glaube ich, nie beantwortet. Nein, nein, das wird... Nein, nein, ich meine jetzt nicht den Patient Zero, sondern ich meine, warum es sich im Grunde genommen überhaupt so ausbreiten konnte, nachdem doch mal eine gewisse Response-Zeit vergangen ist und man ja jetzt ganze Walker mit Taschenmessern, wie wir in dieser Folge wieder gelernt haben, in Schach halten kann. Und das dann die geballte Feuerpower mehrerer Armeen und etc. nicht schafft. Also klar, es ist TV-Fun, Spaß und so weiter, aber es drängen sich halt auch so Dinge auf. Das mag jetzt Nitpicking sein, aber ich sitze halt manchmal vor den Simpsons und denke mir so, boah, das guckst du jetzt auch schon 20 Jahre. Du guckst den Simpsons immer noch? Nein, aber wenn ich halt so durchseppe, denke ich mir, guck mal, schon Staffel 83 und die Kinder sind halt immer noch in der vierten Klasse. Ja, das ist irgendwie Cartoon. Ja, ich weiß, es ist Cartoon, aber wenn es halt mal so lange läuft, weißt du? Ja, Tick, Trick und Trax sind auch nie erwachsen geworden. Ja, natürlich, aber das sind ja auch sprechende Enten. Sowas gibt es ja gar nicht. Gelbe Leute gibt es auch nicht. Doch, aber das wäre rassistisch, irgendjemanden so zu bezeichnen. Jetzt greifen wir mal ganz tief in die Schublade. Gestern war der 11.11., aber das ist ja schon tief. Ganz egal. Übrigens müsste Aaron, ja, um noch mal zum Punkt zurückzukommen, Aaron müsste das doch wenigstens einmal bei ihm Klick machen, dass die Whisperer da irgendwas mit den Flüssen haben, weil der hat ja gesehen, wie der Fluss verseucht wurde. Danke, dass du es gesagt hast. Das ist mir nämlich als erstes durch den Kopf geschossen. Da dachte ich mir so, hä, wieso machst du nichts? Aber das Zweite, was mir jetzt, wo wir drüber sprechen, so durch den Kopf schießt, ist, ich weiß nicht, ob es den Hörern da draußen auch geht. Im Moment habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, wer eigentlich gerade in Alexandria rumhüpft und wer in Hilltop rumhüpft. Und deswegen kann ich dir halt gerade gar nicht sagen, wer jetzt wo die Scheißerei hat und wer gerade wo rumhüpft und wem es wo, wie, wo sagen könnte. Das ist, also... Ja, ja, früher hatte man noch diese schöne Trennung, Rick Alexandria und Maggie Hilltop und Ezekiel im Kingdom. Aber das ist jetzt irgendwie alles nicht mehr so klar, da die ja auch in dieser Staffel schon mehrmals hin und her gereist sind. Und jetzt, glaube ich, Daryl und Carol sind die aktuell im Hilltop unterwegs. Siehste, 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 ja. Das wird so eine Text einblenden. Also sonst machen sie bei jedem Scheiß Text einblendungen. Aber ich würde mich wirklich... Oder so, man nennt das Establishing Shut. Ja? Einfach nur, so wie man immer die Enterprise von außen gesehen hat, dann sieht man den Planeten, dann wieder die Enterprise, dann den Planeten, ja. Also so ein Establishing Shut wäre echt nicht schlecht, damit man einfach weiß, wo bin ich denn jetzt gerade? Aber das Thema hatten wir ja oft auch genug. Ich frage mich, ob irgendwer, ob es eine Blu-ray-Variante oder eine 4K-Variante von der Serie gibt, in der man in die Karte von Daryl mal reinzoomen kann und schauen kann, wo sich die denn da befinden gerade. Oh ja, falls also jemand die Serie als 4K zu Hause hat, macht doch mal einen Screenshot und vergrößert das mal. Das würde uns echt interessieren. Bei dem PK-Trailer haben das ja viele Leute gemacht, bei diesem Admiral im Büro von Starfleet. Da ist ja auch so eine Sternenkarte hinten an der Wand auf so einem Monitor und da hat die auch einer rausgesucht. Aber da vergleichen wir Apfel mit Bieren. Star Trek-Fans mit Walking Dead-Fans. Ich glaube, das hat noch eine andere Qualität. Also, wenn mein gelber Mann gerade grenzwertig war, dann haben wir jetzt gerade wieder locker 20 Hörer verloren. Minimum, wenn nicht 200. Wir machen das hier ja auch nicht für die Hörer. Wir machen das nur für uns. Ja gut, ich sage mal so, es gab eine Zeit, da war das eher ein Therapiegespräch. Das stimmt. Aktuell haben wir übrigens keine Hater mehr, habe ich nicht das Gefühl, oder? Nee, im Moment nicht, aber was wir heute so vor uns gelassen haben, könnte vielleicht schon das ein oder andere wieder um die Hänge kommen. Ja, was gab es denn sonst noch in der Folge? Also, ich habe ja gesagt, Donny, Conny und Daryl. Ja, gönnen wir den beiden mal. Wäre doch ganz nett. Carol gönnt es ihm ja auch. Was sagst du denn zu diesem Plan von Carol? Und was sagst du dazu, dass sie ihn halt überhaupt nicht einweiht? Also, ich verstehe, was hätte er denn dagegen gesagt? Ist Daryl so verängstigt? Gut, er ist ihr ja schon über die Grenze gefolgt, obwohl er eigentlich was dagegen hatte. Also, hätte sie ihm doch von vornherein gesagt, du, pass mal auf, ich will da losziehen, um mir einen Whisperer schnappen, vielleicht von dem ein paar Infos zu kriegen, meinst du, er hätte da wirklich was dagegen gehabt? Ja, das hätte der nicht zugelassen. Weißt du? Weil Daryl ist mittlerweile die Vernunftsperson in dieser Community und hat halt quasi so ein bisschen, also, Teil der Position von Rick übernommen. Und das spürt man ja auch in seinem ganzen Auftreten, dass er jetzt Verantwortung übernimmt. Und Carol ist das aktuell eigentlich scheißegal, weil die mehr auf Rache aus ist und mehr der heißköpfige Rick ist, anstatt der besondere Rick aus manchen Staffeln. Also, die haben sich die Personalität von Rick so ein bisschen aufgeteilt und Daryl verantwortlich, Carol, alles egal. Glaubst du denn, dass das aus diesem Whisperer was rauszuholen ist? Wahrscheinlich, wo die große Erde ist, ne? Es ist, ja, also, ich denke schon in irgendeiner Art und Weise. Ich meine, Lydia war zwar irgendwie schon trainiert darauf, dem ganzen Zeug standzuhalten, aber wie wir jetzt so die anderen, die anderen quasi Red Shirts von den Whisperern gesehen haben, die halten ja eigentlich nicht viel aus. Und die tanzen ja einfach nur nach Alphas Pfeife. Viel aushalten tut ja der Siddiq mit seinem PTSD. Das wird ja immer schlimmer mit dem der Arme. Glaubst du, dass da noch rauskommt, dass er irgendjemand umbringen musste? Ich glaube, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch mehr dahinter ist als nur das, was wir bisher in den Rückblicken gesehen haben. Andererseits finde ich es auch nicht verkehrt, wenn es nicht mehr dahinter ist, weil ich finde es eigentlich schön, wie das Ganze, also die posttraumatische Belastungsstörung, traumatische Störung hier dargestellt wird. Weil so intensiv ist es eigentlich meistens in den Serien, wird dieses Thema nicht behandelt. Und ihm steht das Wasser ja wirklich schon bis zum Hals. Und der holt sich einfach keine Hilfe. Ja gut, aber dass sie sich keine Hilfe holen, das ist ja in dieser Serie mehr oder weniger Usus. Sie machen ja viele Dinge mit sich selber aus. Das ist das typische Serienklischee oder typisches Film- und Serienklischee. Ich möchte mal irgendwelche Charaktere sehen, die direkt das sagen, was die gerade belastet. Okay, dann wäre die Story auch ganz schnell runter. Eben, das werden halt immer nur so 10 Minuten folgen. Also von daher, ja. Ja. Ansonsten, ja, die Frau am anderen Ende des Mikros, des Funkgeräts. Ja, ich habe, darauf können wir gleich kommen, wenn ich noch eine Sache mache oder andersrum. Man läutet hier, also ich glaube, das ist, aus den Comics heißt sie Stephanie und ist eine Mitbewohnerin des Camenwells. Das Camenwell ist eine Enklave von ungefähr 50.000 Einwohnern, die mehr oder weniger noch Technik haben, die eine richtige Armee haben und so weiter und so weiter. Glaubst du, oder andersrum, wie lange gibst du Alpha noch? Wie viele Folgen? Wir laufen ja aufs Mid-Season-Finale zu. Ich habe mir heute noch mal ein bisschen Wikipedia zu den Comics durchgelesen. Ich meine, wir spoilern ja sowieso hier die ganze Zeit. Alpha hat theoretisch eigentlich nicht mehr lange. Die hat nicht mehr lange Zeit. Irgendwann übernimmt dann Beta. Das stimmt. Also letztendlich, ich meine, sie bauen hier zwar noch auf den Konflikt zwischen Carol und Alpha auf, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht der Mid-Season-Cliffhanger ist. Also ich gebe ehrlich gesagt Alpha auch nur noch bis zum Mid-Season-Finale. Weil ich hätte Lemmy sonst gedacht, ich hatte eigentlich zum Mid-Season-Finale mit leichten Commonwealth-Andeutungen begonnen. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass, erinnerst du dich noch an meine Szenenbeschreibung, ein Hubschrauber landet, Soldaten kommen raus und zwei Leute mit Aktenkoffer laufen auf Hilltop zu. Ja. Daran halte ich immer noch fest. Ja. Also, das hast du jetzt wieder an Season-Finale oder mit Season-Finale? Mit diesem Bildaufbau, da hadere ich gerade mit mir. Ich glaube, Season-Finale. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das Commonwealth durchaus eine Lösung für das Problem der Megahorde sein könnte. Oh, gute Idee, gute Idee, ja. Ja, also, ich meine, wir haben, das ist ja Chekhovs Gun, was wir haben, äh, Chekhovs Pistole quasi, ist die, äh, ist die große Horde. Sie würde nicht so oft erwähnt werden, wenn sie nicht irgendwann losbrechen würde. Also, irgendwann wird sie eingesetzt. Das ist in den Comics so und das wird sicherlich irgendwie in der Serie auch so werden. Die versuchen alles, das ganz typische Film- und Serienklischee, das Übelste wird versucht zu verhindern und am Ende bricht es trotzdem aus und dafür muss da eine Lösung gefunden werden. Und weil ich mir nicht vorstelle, dass die eine ganze Staffel und eine ganze Halbstaffel gegen eine Horde kämpfen, glaube ich, dass das vielleicht in ein, zwei Episoden, ähm, schnell gelöst wird und eine Lösung könnte das Commonwealth dafür sein. Und der Hubschrauber. Und der Hubschrauber, ja. Ich meine, wir haben sie ja im Intro drin, die Hubschrauber, von daher. Ganz genau, ganz genau. Ach, du bist so aufmerksam, wenn du guckst, ehrlich. Ja, genau, der Hubschrauber ist nämlich im Intro drin und da dachte ich mir, der wird bestimmt auch noch eingesetzt werden. Also, ich finde, es bleibt spannend, auch wenn das jetzt so zwei Folgen waren, die man locker in eine hätte zusammenfassen können. Trotzdem, ich bin weiterhin guter Dinge. Ich bin so ein bisschen Alpha über, also von daher zwei Folgen und dann sind wir sie vielleicht los. Dann haben wir noch ein bisschen Beta-Show, noch ein bisschen Hubschrauber, Gemetzel, Fassbomben, irgendwie so ein Kram. Und dann geht es weiter. Und ganz ehrlich, ich freue mich dann auch aufs Commonwealth. Ich brauche jetzt mal wieder einen Schritt in Technik, in Evolution, in The Next Step, Mankind und so weiter und so weiter. Ich brauche jetzt mal so. Zumindest einen Szenenwechsel. Richtig, genau. Wir sind ja jetzt schon seit einigen Staffeln sind wir ja schon in der Ecke. Alexandria, Hilltop, Oceanside und so. Ist ja auch ganz nett. Und wir wissen ja auch immer noch nicht, wie groß das ganze Gebiet da ist. Aber trotzdem wäre das Commonwealth doch wirklich eine funktionierende Infrastruktur, eine große Community, was wir so in dieser Art noch nicht gehabt haben. Jedenfalls in der Größe. Ja, das bleibt also spannend. Und wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben und schreibt doch mal eine Bewertung bei iTunes. Da brauchen wir übrigens immer wieder. Freuen wir uns über Bewertungen. Wir lesen die dann auch hier vor und wir lesen auch gute Kommentare vor. Und gut meine ich mit inhaltlich gut. Wobei manchmal lesen wir auch den Schrott vor, weil so Spaß ist. Letztens hatte ich so einen schönen Kommentar. Den hatte ich ja dann auch gepostet. Der war irgendwie und ich glaube, der war bei YouTube unter der Kritik von... Nein, der war bei Amazon als Review auf diesen ganz schlechten Terence Hill Film. Mein Name ist Somebody. Und da hat dann einer drunter geschrieben. Ja, wer den Film nicht gut findet, der hat ihn nicht verstanden oder ist halt kein Fan. Ja. In diesem Sinne. Wenn ihr das heute nicht verstanden habt, dann seid ihr halt einfach keine Fans. Punkt aus. Feierabend. Wir hoffen, wir sehen den ein oder anderen. Hier nochmal der Reminder am 8.2. Dann in Düsseldorf. Keine Sorge, wir werden euch noch oft genug daran erinnern. Bis dahin. Nerdizismus.de slash the live show. Und von daher wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Resttag. Morgen, Mittag, Abend bei dem, was ihr tut. Und schaltet auch in 14 Tagen wieder ein, wenn wir die Folgen zum Mitseason-Finale besprechen. Bis dann. Ciao. Tschö. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.